Alter, mein Herz! Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Leute, aber bei mir beginnt jeder guter Biketrip mit einer Autofahrt. Heute bin ich spontan zur Halde Hoppenbroich aufgebrochen. Dort habe ich noch ein paar Rechnungen offen, die ich aus der Welt schaffen muss. Entschuldigung. Es geht mir einfach rein. Das war's für heute. Da das heute ein spontaner Ausflug war, war ich alleine auf der Halde und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn man allein unterwegs ist, habe ich gemerkt, dann fahre ich anders. Ich fahre nicht so schnell wie sonst und traue mich irgendwie nicht so viel. Beziehungsweise bin vorsichtiger. Die letzten Male, wo ich auf der Halde war, war mein Bruder dabei und dort lief es gefühlt besser. Ich habe mich mehr getraut und habe mehr laufen lassen. Kennt ihr das Problem? Ist das bei euch auch so? Naja, aber trotzdem wollte ich unbedingt einen Sprung von meiner Liste abhaken. Und wie das gelaufen ist, seht ihr jetzt gleich. Das ist ein Sprung von meiner Liste. Wuhu, yes! Wuhu! 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 Yes! Ah, I tell my hands. Wuhu! My hands are awesome. Is this some kind of miracle we didn't see? Even if we're frog we're getting burned my hands to first degree. Ja, ja. Musik Musik